So Leute, im heutigen Video werden wir uns anschauen, was ihr momentan am Kryptomarkt wissen solltet. Wir werden uns über diesen richtig schönen Bitcoin-Bounce unterhalten und schauen, ist das eine Sache, der wir trauen können. Wir sprechen über die traditionellen Märkte und darüber, warum ich mich dazu entschlossen habe, ein paar Milliarden Luna zu kaufen. Wie ihr seht Leute, wir haben heute einiges zu besprechen und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann würde ich sagen, genug der Vorrede. Wir starten jetzt auch direkt mal mit Bitcoin und zwar heute mal auf den Long-Term-Charts. Das, was wir jetzt hier sehen können, ist, dass wir natürlich immer noch unter dieser roten Linie sind. Trotzdem, wir können auf jeden Fall auch sehen, dass wir einen ziemlich signifikanten Pump gehabt haben. Wir sind jetzt gestern zwischenzeitlich bis auf 25, also ungefähr 25.000 Dollar gesunken, haben allerdings natürlich immer noch drei Tage Zeit innerhalb dieser Woche, wo wir eine Rallye überhalb dieser rote Linie sehen können, weil die momentan bei rund 33.000 Dollar, sagen wir 34.000 Dollar liegt. Das würde natürlich bedeuten, dass wir dann einfach nur einen kleinen Mick unter diesem Level gehabt hätten. Und ja, das ist eine Sache, die schon öfter mal vorgekommen ist in der Vergangenheit von Bitcoin. Dieses Level könnte jetzt also immer noch den Bitcoin-Preis auf Schlusskursbasis oben halten. Es gibt immer noch ein bisschen Hoffnung dafür und sollte das tatsächlich passieren, dann sehen die Sachen natürlich viel, viel bullischer für Bitcoin aus. Aber genauso, wie ich auch schon die ganze Zeit in der Vergangenheit gesagt habe, jeder Kauf unter 30.000 Dollar ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein guter Kauf. Ich bin für Volatilität vorbereitet. Wir könnten nochmal auf diese Level runterkommen und ja, noch einmal ein paar dieser Aufträge auffüllen. Trotzdem, wie gesagt, ich bin der Meinung, unter dem Level von 30.000 so ganz allgemein wird das eine ziemlich starke Unterstützung sein. Bitcoin, wenn man sich das Ganze mal so anschaut, hat sich jetzt während dieses ganzen Chaos eigentlich relativ gut gehalten. Man muss ja bedenken, dass das schon eine ziemlich, ziemlich krasse Sache gewesen ist. Deshalb sind wir auch erst nach unten, dann auf dem Weg nach oben hatten wir ein bisschen Widerstand. Also klar, zunächst mal hatten wir Unterstützung, riesige Unterstützung bei 30.000, sind da ein bisschen gebounced, sind dann nach unten gegangen, hatten Widerstand, haben versucht reinzukommen. Und jetzt gerade befinden wir uns nicht nur über der orangenen Box, sondern auch über zwei dieser roten Linien. Ich meine, das ist super wichtig für Bitcoin. Sollten wir es schaffen, über diesem Level zu bleiben, dann wäre das richtig, richtig wichtig für Bitcoin. Sollten wir allerdings einen Drop sehen, dann werde ich natürlich weiterhin kaufen. Genauso wie ich auch bereits in meinen anderen Videos gesagt habe. Und wenn es um meinen Trade geht, ich habe natürlich ein paar Bitcoin unterhalb dieser roten Linie gekauft. Deshalb in diesem Moment ist der Trade mit rund 35.000 im Minus. Das ist natürlich nicht so geil, aber gestern, ja gestern waren es noch fast 60.000. Also es geht zumindest mal in die richtige Richtung. Mal schauen, ob ich es schaffen kann, das wieder in einen Gewinn umzumünzen oder ja, ob ich halt das Geld verliere. Bei den traditionellen Märkten haben wir jetzt auch einen schönen Bounce gesehen. Wir sind zunächst zu meiner ziemlich wichtigen orangenen Linie bei 3.857 gegangen. Und von diesem Zeitpunkt an sind wir auf dem Daily Chart nach oben abgeprallt. Jetzt müssten wir mal schauen, ob wir weiter nach oben gehen können oder ob wir eine kleine Konsolidierung haben werden. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir erst ein bisschen konsolidieren, also bei den traditionellen Märkten und auch bei Bitcoin. Das Einzige, wovor ich momentan ein bisschen Angst habe oder was heißt Angst, das ist jetzt nicht das richtige Wort. Aber zumindest bin ich vorsichtig in Bezug auf die regulatorischen Auswirkungen, die jetzt der Zusammenbruch von Terra haben wird. In den nächsten paar Monaten werden wir aufgrund dieser Sache ziemlich große Regulierung haben. Da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher. Die Frage ist jetzt einfach nur, was wird das mit dem Kryptoraum machen? Welche Auswirkungen wird das haben? Und genau das kann jetzt keiner sagen. Das müssen wir einfach abwarten. Ich für meinen Teil, ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Milliarden Terra gekauft. Und jetzt, passt mal auf, ich habe gesagt, als Terra von 80 auf 45 Dollar gefallen ist, da habe ich gesagt, schaut mal, das Ganze wird buchstäblich bis auf 0 fallen. Als die Leute gesagt haben, ihr solltet Terra für 10 Dollar kaufen, habe ich gesagt, Leute, schaut mal, das ist so konzipiert, dass das Ganze auf 0 sinkt. Und selbst als der Kurs im Grunde genommen schon bei 0 gelegen hat, da habe ich gesagt, hier, obwohl wir eigentlich schon unter 0 sind, kann das Ganze noch immer ziemlich, ziemlich weit sinken. Ich meine, wir sind um 98% gesunken und von diesem Punkt kann es auch weitere 97% sinken und danach nochmal 98%. Und ja, genau das ist dann auch das, was passiert ist. Terra ist in diesem Moment an einem wirklich, ja, wirklich ziemlich niedrigen Level. Wirklich verrückt, wenn man sich vorstellt, dass, ja, gerade mal vor einem Monat, da waren wir noch bei rund 120 Dollar. Das ist Wahnsinn. Aber schaut euch mal an. Die Marktkapitalisierung liegt momentan bei 6 Millionen Dollar. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich anfange, wieder aufzupassen. Der Terra UST Pack ist momentan ganz weit davon entfernt, bei 1 Dollar zu liegen und es wird eine ganze Weile brauchen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwann, früher oder später, wird meiner Meinung nach das Ganze vielleicht wieder zum 1 Dollar Pack zurückfinden. Das ist das Gleiche, was wir bei anderen gescheiterten Projekten gesehen haben. Short Iron Finance, da hatten wir einen ähnlichen Zusammenbrach wie Terra und trotzdem stehen wir wieder bei 1 Dollar. Hat eine ganze Weile gedauert, aber wir sind wieder bei 1 Dollar. Das Ganze kann auch immer noch getradet werden mit USDC. Ich meine, hohes Volumen sieht jetzt anders aus, aber es ist schon eine ganze Weile her, dass der Kurs wirklich abgestürzt ist. Ich denke deshalb, früher oder später, im Grunde genommen einfach nur, weil es ein Meme ist. Ich glaube, das Ganze wird irgendwann wieder zumindest mal in die Nähe von einem Dollar herankommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, zu diesem Zeitpunkt, was wird dann der Terra Luna Preis machen? Und für mich persönlich war es wert, jetzt mal ein paar tausend Dollar oder so da reinzuschmeißen und einfach mal schauen, einfach mal schauen, was passieren wird. Ich würde jetzt natürlich nicht in Betracht ziehen, das Ganze für einen Dollar zu kaufen oder das, selbst für einen Cent würde ich das im Leben nicht kaufen. Aber schaut mal, das Ganze ist jetzt so niedrig. Die Marktkapitalisierung ist niedrig. Klar, das zirkulierende Angebot ist Wahnsinn. Aber wir schauen mal, klar, das ist Glücksspiel. Ich habe ein paar tausend Dollar da reingeschmissen. Vielleicht, sagen wir mal, selbst wenn es zu dem Preis zurückgehen würde, wo wir gestern gewesen wären, das wären immer noch 1000x oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall wahnsinnig. Deshalb, ja, wir haben Sachen wie so etwas schon einmal gesehen. Wir haben Verge gesehen. Eine Kryptowährung, die auch 2018 wirklich richtig, richtig, richtig hart abgestürzt ist. Und selbst dieses Projekt hat im Jahr 2021 einen richtig anständigen Pump gehabt, obwohl das ein totes Projekt ist. Dann etwas wie Redcoin war im Jahr 2018 richtig stark gestiegen. Und auch hier haben wir einen schönen Pump gehabt im Jahr 2021. Also diese ganzen toten Coins haben in der Regel immer noch, wenn wir einen Bullenmarkt haben, einen richtig schönen Bounce. Und außerdem, alleine die Tatsache, dass es sich hierbei einmal um das größte DeFi-Protokoll gehandelt hat, das, ja, das bringt mich schon dazu, einfach mal hier ein kleines bisschen Glücksspiel einzugehen. Es gibt jetzt auch immer noch 1,8 Milliarden Dollar UST auf Anchor-Protokoll, die, ja, die höchstwahrscheinlich nicht zu einer fairen Bewertung wieder eingelöst werden können. Aber mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich gehe jetzt auf jeden Fall für mich persönlich dieses Risiko ein und wir werden mal schauen, ob sich das Ganze auszahlen wird oder nicht. Außerdem, falls ihr traden möchtet, dann könnt ihr jetzt einen richtig, richtig schönen Bonus auf Femex bekommen, wenn ihr meinen Link unten in der Videobeschreibung benutzt. Aber bitte vorsichtig, wenn ihr mit Hebeln handeln wollt, weil die Märkte sind volatil und höchstwahrscheinlich werden sie auch in den nächsten Monaten volatil sein. Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Wie immer freue ich mich tierisch über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.